Einen schönen guten Tag und willkommen bei Blood Bowl 2. Ich bin ZolleChuck99 und ich zeige euch Blood Bowl 2. Ja, dann machen wir mit der Meisterschaft weiter. So, nicht mit meinen Chaoten, sondern mit dem Skaven. Der vorletzte Spieltag steht heute an. Yay! Bald ist die Meisterschaft vorbei. Diesmal ging Orkse. Glaubst du, zu der Tabelle brauche ich jetzt nichts mehr Großartiges zu sagen. Ja, wir sind durch mit der Meisterschaft. Und es kann nichts mehr, äh, meine, einer kann eh nichts mehr passieren, außer man haut mein Team tot. Komplett. So, äh, einmal kurz mal in der Teamentwicklung reinschauen. Äh, okay, 2340 Punkte Teamwert. 200.000 Gold, okay. Ah, passt schon, so. Okay, einer, einer macht Kaffeepause für diesen Spieltag. Ja, ja, kann man ja nichts machen. Äh, ausgerechnet den, den ich auch dringend brauche. Naja. Hm. So. Sonst von der Teamentwicklung her ist, ist, ist das relativ einigermaßen in Ordnung, sage ich mal so. Klar, äh, klar, denn ein Feldspieler vermisse ich eh schon, der mit seiner Bewegung acht hatte. Ah, naja, aber was würden wir mal machen? So, dann schauen wir mal kurz mal bei den Orks mal rein. So, Teamwert 2050. Ja, ich sehe schon, komm, den Halb... Ja, oder? Halblingmeisterkoch. Okay, äh, acht Wiederholungswürfe. Warum so viel? Da muss man nicht verstehen. Okay. Äh, okay, Goblin, der nix kann. Werfer, der halt Blocken und, äh, Abspiel hat. Schwarzorg mit Tackle, Blocken und Knochenbrecher. Boah, fängt schon richtig gut an. Schwarzorg mit Blocken greifen, Schwarzorg mit Blocken, Stärke 5, Schwarzorg, Blocken und Knochenbrecher noch. Boah, das wird richtig übel am Prügel geben. Drei Blitzer, jeweils mit Knochenbrecher, Tackle und zwei davon haben. Moment, da muss ich jetzt einmal schauen. Ball entreißen. Alles klar. Äh, Stärke 6, Troll. Boah, ho, 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 das wird richtig auf Prügel gehen. Okay, Werfer nur mit Blocken, sonst die beiden Feldspieler haben nix. Alles klar. Ja, dann starte ich mal die Partie. Team found. Hm, this is going to be interesting. Äh, ne, ich kaufe nix ein. Er kauft sich ein Bloodweiser, Bep, ein und Ripper. Ripper, ach so, das ist halt der... Ja, der Troll. Ah, das fängt schon. Das wird richtig was auf Mütze geben. Sehe ich jetzt schon kommen. Zwei Trolle mit Stärke 6, wo der eine jedes Mal testen muss. Ein Schwarzorg mit Stärke 5. Äh, das wird richtig happig werden. Da muss ich mal schauen, wie ich das hier, äh... Äh, wie ich da durchkomme halt. Außer ich nehme systematisch alle seine anderen Spieler auseinander. So die Feldspieler und Werfer halt. Und den kleinen Gobbo. Aber sonst... Sieht's momentan sehr schlecht aus. Erstmal so vom Stärkevergleich her. So. Okay, das ist ein Heimspiel für uns. Aber dafür meint es Skaten, besser gesagt. Okay. So, das ist auch von mir die Skaten. Oh, dann schauen wir mal. Okay. Und das sind halt die Orks, die halt... ...auf Prügel ausgelegt sind. Extrem. Es kann sein, dass, äh, der kleine Gobbo auch noch, äh, geworfen wird. Okay, äh... So. Ich glaub, zum Ripper brauche ich jetzt eh nix mehr zu sagen. Zum, äh, Star-Spieler. Und ich möchte angreifen. So. Einmal schauen hier. Alles klar. Dem brauche ich eh nix mehr zu sagen. Einzelgänger ist klar auf 4 plus Wiederholungswurf, Knochenbrecher, Greifen, Regeneration, weil er Troll ist. Und, äh, Mitspieler werfen. Alles klar. So, dann mal schauen hier. Äh, erstmal muss ich mal schauen, wie ich da jetzt... Äh... So. Erstmal hier. Okay, äh, du mit Tackle, du kommst dahin. Du bist heute mein Ersatz-Blitzer. Äh, na, hier. So, dann muss ich erstmal schauen, wie ich das jetzt überwältigen kann. Okay, mal schauen. Äh, ich nehme... Nein, mein Nachwuchswerfer bleibt diesmal draußen. Äh, du hast Block. Äh, du mit Block. Du kommst rein. Okay. Ah, da... Da wird mir eben kurz noch Stellung gewechselt. Hier genauso. Okay, dann, äh... Du gehst raus. Und... Und... Ja. Du hast einen Spieler-Star-Punkt. Du kommst... Äh... Mhm. Okay, nee, dann bleibst du da. So, dann... Du kommst dahin. Da müsste ich jetzt einmal schauen. Die Linie ist, äh, hier. Ah, hier, da ist sein Stärke 4. Troll. Wussten sein... Da ist sein Stärke 5, okay. Ich hab mein Stärke 4 da. Soll ich hier eher nicht tauschen? Äh... Ah, passt schon. So. Können wir schauen. Anschlussergebnis ist schneller zu. Alles klar. Er kann mich auf den Weg bewegen. Oh, verdammt. Ja, dann soll er mal zu mir mal kommen, mal. Ah, hätte ich mich doch hier lieber dahin bewegt. Ach, egal. Okay. Dann machen wir halt mal eine reine defensive Geschichte. Ja, ist okay. Ach, da hinten liegt der Ball. Das... Okay, dann, äh... Okay. Stärke 4, Stärke 4. Ah, dann machen wir das so. So, genau so und so und dann von dort blitze ich rein. So. Alles klar. Äh, ich folge mein Teil. Da passiert nix gut. Alles klar. Dann stelle ich mich eher... ...da hin. So. Geblitzt habe ich. Äh, der Ratten-Uga... ...soll sich mal hier bewegen. Ah, okay. Der bewegt sich wunderbar. Äh, dann... ...mal schauen. Was mache ich jetzt mit euch beiden? Genau. Einmal da hin. Ich werde den Ball hier mal beschäftigen. Zack. So. Jetzt machen wir hier weiter. Äh. Es ist eigentlich hier... Genau. Beschäftige ich mal. ...dem Bein dahin. Ihn... ...ja. Ich bewege ich gleich. Der rennt weiter nach vorne. So. Das war dann der. Die Bewege ich jetzt hier hin. Ich muss nur auf den Odor, Jim. Wenn es so wie altes Cheese... ...dann lasse ich es rippen. Dann hole ich mal schon mal den Ball. Oh, ich hoffe, dass das gelingt. Okay. Nö. Macht nix. Das macht nix. So. Dann bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Aha. Klar, den will ich hier meinen... ...Gossenläufer... ...ääh... ...eins erst mal zustellen. Oh, da schafft er so einen sauen Blöden. Ah. Ekelhaft. So. Okay. Da macht er so einen Blitz. Aber was ihnen auch gelingt. Ja, okay. Das gab's sehr heftig einen auf die zwölf. Standfest. Da passiert auch nix. Und hier... Ach. Ach, der hat greifen. Ja, dann greift mich mal. Ich hab blocken. Jawohl. Alles klar. So. Alles klar. Dann versuchen wir mal. Du stehst nur auf. Äh, okay. Du hast keinen Bock mehr. Äh, den Blitz brauche ich für was anderes. So. Hm. Ich muss mal echt mal schauen hier. Äh, wenn ich den Ball hier aufhebe, hier... ...stehe... Okay, da muss... ...der Dingensmuster weg. Ja, der erste Zug mache ich relativ schnell. Äh, ja, komm. Äh, okay, dann... Ich folge mein Fail. Ich folge mein Fail. Ja, der Attacker... ...smell's weakness. Und hier nochmal. Schön. Äh, okay. Ja, ich folge den Fail. Ja. So. Okay, das Unterzahntblock... ...genau so wie da. Ah, den lasse ich aufstehen eben. Okay, geblitzt habe ich. So. Da muss ich hoffen, dass es wirklich so geht. So, Ball aufheben. Ja, ich würde auch für sie gehen gehen. Dann darf ich hier hin. Sie haben Bomb-Seal-Apprufung. Oh, das ist... Okay, besser kriege ich das nicht hin. Ich muss ein Go-For-Hit machen. Oh. Mensch, den Wiederholungswurf bräuchte ich für was anderes. Aber egal. Dann noch einmal. Jawohl, geschafft. Und werde ich auf ihn rüberschmeißen? That player is the one to use. Good call. So. Ich habe noch einen quicken Touchdown hier. Perfekt. Okay, bevor ich... Hast du was? Ah, du hast Block. Äh, okay. Das ist jetzt echt verfügbar. Okay, machen wir. Da mache ich noch einen Zwei-Würfel-Block eben noch. Ah, schieben. Schieben ist okay. So, okay. Äh, hier mache ich nichts mehr. Dann machen wir mal einen Touchdown. Zack. 1 zu 0. Und jetzt beginnt die Prügel-Phase. Das ist, äh, nicht mehr schön. So. Okay, dann fangen wir mal an, umzubauen wieder. Ja, so, du kommst da hin. Du kommst da hin. Äh, du kommst da hin. Du kommst dann da hin. Ja, bisschen weiter nach vorne. Ist ja auch nicht verkehrt. Äh, so. Dann hier noch einmal. Dann... Der Ratnoga. Ach, wo steht. Weil, das ist... Naja. Zum Glück hat er keine, äh, keine Unterstützung. So. Dann du kommst da hin. Okay. Bis da nach hinten. Genauso wie mit dir auch. Äh, okay. Dann machen wir mal hier. Okay. So, dann wechseln wir aus. Kommst mal eben mit rein. Bisschen was Stabiles für die, äh, Linie. Sonst... Nee. Okay, und du kommst... Ja, komm, pack ich dich mal hier hin. So. Dann war's halt auch erstmal mit der Aufstellung. War schon was gemacht. Ah, ne typische Vierer-Aufstellung. Oh, Schneesturm. Und es schneiden. Tja, so schnell kann das Bloodball-Wetter wechseln. Von freundliches Wetter auf Schnee. So. So. Dann mal schauen, was macht er so schönes. Den Goblin lässt er den Ball aufnehmen. Okay. Okay, dann macht er halt einen Blitz. Äh... Hat er Glück gehabt. Das ist mein Wirftblock. Okay. Einmal Prügel einkassieren. Ja, ich hab Blocken. Ja, doch. Hatte nochmal Glück gehabt. Okay. Ist mein Wirftblock? Jawohl. Alles klar. Dann... Bin ich jetzt dran. So, du stehst nur auf. Äh... So. Hier beide steht auf. Ah, krieg ich... Krieg ich den Goblin? Das würde mich mal interessieren. Ich hab hier Tackle. Ja, mit dem... Äh... Okay, das... Nee, das wird so nicht funktionieren, nicht? Okay. Äh... Das wäre dann bei einer 1 und bei einer 2 mit... Ein wenig Schneesturm. Okay. Nee, dann muss ich das anders machen. Okay, machen wir hier den Blitz rein? So. Okay, äh... Ja, Wiederholungswurf. Der soll auf jeden Fall weg. Jawohl. Funktioniert. Ist doch schon mal gut. Folgen wir hinterher. Okay, gelähmt. Dann, äh, der ist schon mal erstmal für eine Runde weg. Äh... Dann kann ich auch so lange ihn hier beschäftigen. Dann wird ruhig erst mal nur sein Ballträger. Äh... Äh, mit Schneesturm. Das ist nicht so spaßig halt. Ich habe nicht gesehen, dass ein Rat so schnell fliegt, seit ich deinen Agenten verabschiede. Okay. Funktioniert. Alles klar. Äh... Hierhin. Okay. Dann... Ah, ich brauche hier mal eine Unterstützung. Ah, ich kann jetzt mal versuchen, mal ihn hier zu blocken. Ähm... Ein Würfelblock. Ja, komm, versuchen wir mal. Was ist... Ah, der fällt. Das ist doch schön. Der dicke Troll fällt schon mal. Alles klar. So, dann habe ich hier noch einen... Jemanden. Äh... Komm. Beschäftigst du ihn mal? So. Reine Stärke, vier Mauer. Das kenne ich, äh... Mit meinen, äh... Chaos... Äh... Ja, mit meiner Chaos-Mannschaft kenne ich dazu gut. Stärke, vier Wart ist... Nicht schön. Wenn man noch dazwischen noch eine Stärke-5-Minute-Taus noch hat, dann ist... Äh... Da muss man umdenken. Durch die Mitte funktioniert das dann nicht mehr. Oder selten nur noch. Äh... Da muss man halt über die Außenfelder... Äh... Dann vorrücken. Weil die Leute mit hohen Schäcken, die binden viele Leute halt. Soll mal schauen, was er jetzt so macht. Äh... Erstmal. In den Schneesturm. Okay. Äh... Vielleicht schmeißt du sogar halt den... Äh... Ich hätte den geschmissen. So, hier... Jetzt lässt er wieder alle aufstehen. Da macht er halt einen Blitz, okay. Äh... Ja... Ah, noch nichts Schlimmes, okay. Ich hab Blocken. Ja, dann schieb mich mal. So. Ein Würfelblock. Okay. Ja, ich hab Ausweichen. Zack. Hier, ein Unterzahlblock versuchte, okay. Äh... Ja, dann schieb mich mal. Na, er ist auf ihn jetzt. Wie ein Haffling auf einem heißen Ditter. So. Dann... Nicht mehr dran. Äh, genau. Ich spring hier sofort raus. Und... Blitz ihn erst mal weg. Oh. Oh, ja. Es war ein schneller Zug. Ah, hab vergessen, ihn aufstehen zu lassen. Ach, nein. Naja. Ist egal. Er bleibt noch wie ein Rock. Mit wem Block der als nächstes? So. Da macht ein Blitz, okay. Zwei Würfelblock. Ja, da kriegt er den Zufall. Ach, hat er den K.O. Warum? Okay. Hahaha. Da hat die Blödheit. Zugeschlagen. Okay. Nee, ich... Den Goblin würde ich noch kriegen. Zwei Würfelblock, okay. Dann schiebe ich mich mal. So. Ich hab blocken. Ja, dann schiebe ich mich mal weg. Alles klar. So. Mal schauen. Okay, du stehst nur auf. Okay, dann muss ich mal schauen. Äh, ich... Äh, ich... Äh, mit dem Gossenläufer... Äh, das ist interessant. Äh... Dann bewege ich mich mal dahin. Weil ich werde damit ein Gossenläufer erstmal blitzen halten, weil ich was anderes versuche. Äh, dann einmal hier rein. So. Mal schauen. Äh, das gefällt mir nicht. Ja, ich hab blocken, du hast nichts. Ach, doch besser. Okay. Dann stelle ich mich mal dahin. Zack. So. Dann fangen wir mal hier an. Ein Würfelblock. Äh, okay. Wenn ich von dort aus mache, auch nur ein Würfelblock. Alles nur ein Würfelblock. Okay. Äh... Ja, ich muss mal schauen. Äh, so. Einmal hier. Ich block dich mal. Einmal schieben würde mir reichen. Hm. So. Fängt ja... Äh, ach... Ja, da merkt man echt, die erste Halbzeit ist nicht so... ...mein Ding. So, da holt er noch eine Unterstützung her. Okay. Ah, der Troll ist wieder doof. Hahaha. Oh, Wiederholungswurf hat er genommen. Okay. Okay. He's coming to help his buddy. That's gonna hurt. So, da. Oh, da macht er halt einen Blitz. Okay. This is going to be decisive. Ja, dann. Blast pressure on the wall. It's a good move. Zack. Aber trotzdem muss er einmal rausspringen. So. Hier ein Zwei-Würfel-Block. Okay. Dann schieb mich mal. Ah, da will er blocken. Okay, ich hab ausweichen. Folgt jetzt sogar noch hinterher. Hier noch ein Block. Okay, da schieb mich mal. So. Okay, dann fangen wir mal an. Du stehst nur auf. Unterzerblock, wenn ich mich hier reinbewissen. Würfel-Block. Ah, ja. Den brauch ich nur wegzuschieben. Okay, das machen wir gleich. So. Du stehst auf. Äh, ja. Machen wir erstmal einen interessanten Block. Oder uninteressant Block. Äh, sag. K.O. Okay. Schau. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Ja, der unmissachbarste So. Der Spieler-Eihe. Rolling up into his head. So, dann mach ich hier mal den Würfel-Block. Ein Schiebe-Ergebnis würde mir ausreichen. So. Ah, perfekt. Schieben. Dann hier hin. Äh. Ich bleibe. So. Jetzt muss ich mal schauen. Immer noch ein Würfel-Block. Ja, okay. Äh, hat sich ja... Äh. So viel sich nicht verändert. Äh. Ist da wirklich noch eine Unterstützung? Äh. Ist auch hier. Äh. Nicht so wirklich. Äh. Er muss sich riskieren. Den Einwürfel-Block. So. Abspielen will er nicht. Okay. So, dann folge ich meinst er ja. Ah, der ist verletzt. Beide Werfer sind schon mal raus. Äh, nein. Da lasse ich den Ball noch weiterhüpfen. Aber ist doch schon mal schön. So. Okay. Hast du Tackle? Nein, du hast kein Tackle. Das ist doch schon mal gut. Äh, ich spring raus. Schnapp mir den Ball. Und zack. Tschüss. Tschüss. So. Damit steht schon mal die 2 zu 0 Führung. Äh. Ja. Ist schon mal sicher. So, dann habe ich noch hier noch... ...zwei Leute, die nur freistehen. Okay. Äh, kommt da... Also, die kommen alle mit Go-Fritz daher. Hm. Ja, komm. Ich versuche nochmal, den Großen nochmal wegzukriegen. So, ich hoffe, dass das auch mir gelingt, den Großen. Äh, ne. Dann schiebe ich dich mal. Ja, schieben wir dich mal hier hin. So. Dann gebe ich erst mal ab. Zack. Perfekt. So. Hier wird er dann seinen Blitzer wieder zurück. Ah, ne, Feldspieler ist das okay. Drei Würfe blockt. Ja, war klar. So. Dann, was haben wir noch? Hier macht er halt einen Blitz, okay. Und da passiert auch nichts Schlimmes. Okay, den Goblin bewegte einen nach da. Hier macht doch noch zwei Würfe blockt, ging ich. Ein Troll bewegte zurück, okay. Hier noch ein Zwei-Würfe blockt, meine Güte, ne. Ja, das ist doch schön. Wiederholung. Ja, dann schiebt mich mal. Gut. Komm. Die Intimidation ist der Kuss. Das war eine meiner Güte, wenn ich mich noch spielen würde. So. Okay. Äh, ich lass den aufstehen. Dann mal schauen. Äh. Hier. Auch unter Zwei-Block. Hier auch unter Zwei-Block. Ah, das ist ja... ... sowas von ätzend. Aber, naja. Ja, machen wir hier nochmal einen sicheren... Äh, Drei-Würfe-Block... Äh, wie komme ich auf Zwei-Würfe-Block? Okay, der Große ist schon mal weg. Einer von vielen Großen. Der liegt auch... Okay. So, dann... Was ist, wenn ich von hier aus rein blitze? Ah, das ist schon mal gut aus. Mal schauen, ob ich den, äh, kleinen Goblin noch wegkriege. Ja, ich hab blocken, du hast nichts. Okay, nichts passiert. So, dann... Einwürfe-Block. Äh... Einwürfe-Block unter Zwei-Block geblitzt. Habe ich schon, äh... Äh... Eine richtige Unterstützung kriege ich auch jetzt nicht hin. Ah, ich versuche einen Einwürfe-Block. Äh, Wiederholung. Ah, klingt sogar perfekt. So, dann... Ja, hierhin. Ich folge mein Interieur. Okay, und somit gehe ich jetzt 2 zu 0 in Führung. Bevor ich noch einen doofen Unterzahlblock mache halt. Die sind sehr schnell weg. Bill, schau dich! Wir sind nämlich auf die Hälfte der Tag. Wenn die Laufsäure machen würden, müssen sie es jetzt machen. Ah, mein Ratmova kommt mir, das ist doch schön. Ah, der hat einen Verletzten und da kommt sein K.O. wieder. Nein, er spielt ohne Werfer, das ist schon mal gut. So, Verteidigung steht soweit. Ich gebe hier jetzt erstmal ab. So. Dann mal schauen. Anschlussergebnis ist diesmal, Wetter wächst zu freundlich. Meine Güte. Vom Schnee zu freundlich wieder, das ist doch schön. So. Okay. Da stehen wieder seine langsamen Orc-Spieler. Mal schauen, was er jetzt macht, okay? Da bewegt er sein. Er versucht, den Ball aufzuheben. Okay, da macht er einen Blitz. Der Blitz gelingt ihn auch. Und passiert nichts. Hier macht er, okay, ich... Ach, der Teckel. Ach, verdammt. Da ist er durch die Rüstung gekommen. Hier noch ein Zwei-Würfel-Block. Ja, dann schieb mich mal. Ach, der greifen. Okay, hier setzt er seinen Troll ein. Hier noch ein Zwei-Würfel-Block. Ja. Ah, Wiederholungswurf. Ach, verdammt da. Okay. Hm. Nee, Dutch-Traum-Möglichkeit hatte keine mehr. So, aber... Zack, den lasse ich erst mal einmal aufstehen. Dann... Wart mal hier zum Besten. Ja, okay. Ich blitz seinen Blitzer um. Meiner ist ja zum Glück, äh, vier stark. So, dann... Zack. Einmal hinterher. Ah, K.O. Ist... Ja, ist okay. So. Dann mal schauen. Du bist auch ein Blitzer. Du bist ein Feldspieler, der nichts kann. Ah, ich bewege mich mal hier hin. So, dann der Gossenläufer. Äh. Naja, Dutch-Traum kann ich eh nicht machen. Ich versuche mich mal ein bisschen durchzuprügeln noch. So, dann holen wir hier nochmal eine Unterstützung drüber. Ach, der Rattenroger kann hier auch noch. Äh, der Rattenroger. Hast du Lust aufzustehen? Äh, nö. Nö. Vergiss den Sport. Ist okay. Dann hier noch ein Zwei-Würfel-Block. Ich hab blocken, du hast blocken. Ist okay. So, dann... Ein Würfel-Block ist ein Würfel-Block. Äh... Irgendwie hab ich auch Lust hier da... Nee. Ist okay. Ja, dann stelle ich mich da hin. So, dann fangen wir an. Zwei-Würfel-Block. Schieben. Ist okay. Äh... Ich bleibe. Ich bleibe. So, dann... Äh... Hm, hm, hm. Naja, ist jetzt die gute Frage. Äh, ich... Bewege ihn mal hier. So, zack. Und ihn lasse ich mal aus dem Trollmer hinaus springen. So, und... Ah, komm. Haben wir eine Hinterhandaktion? Boah. Macht nix. Ist ja nix Schlimmes passiert. So, letzter Zug. Für ihn, dann ist die erste Halbzeit auch vorbei. Mal schauen, was der Auktion noch macht. Außer paar Ratten rausprügeln. Oh, das ist so blöd. Ja, Wiederholungswurf schafft er auch den Einzelgänger. Okay. Okay, der Bauter hat ein Ohr-Käfig. Warum auch immer. Aber die KI ist halt so. 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 Und dann noch eine Unterstützung. Da will er blitzen. Okay. Okay. Ein Würfelblock. Okay, ist auch... ...5 stark. So, dann... Ja, okay. Dann greift mich. Oh, klar passiert jetzt auch nix so wirklich wildes. So, hier noch ein Würfelblock. Hier nochmal ein Würfelblock. Ach, das schaffte sogar den auch. Mit Mühe und No. Oh, nix Schlimmes. Alles klar. Ja, das war die erste Halbzeit. Ja, geht ja recht zügig. Alles vor... Äh... Äh... Vom Dingens. Na? Vom Schatten, genau. Äh... Okay. Dann... Ja. Immer noch sein Verletz. So, die beiden Chaos kommen wieder. Boah, das ist doof. Das ist doof. Naja. So, Formation bleibt soweit. So, was haben wir diesmal als Anschlussergebnis? Äh, hoher Anschluss. Hahaha. Alles klar. Da flog der Ball direkt da drauf. Okay. So, da hat er jetzt einen Ball. Okay, dann lasst uns mal schauen. Wie bewegt er sich jetzt? Okay, dann bewegt er noch einen. Dann kommt der wahrscheinlich hier hin. Nein, der blitzt. Okay. Ja, dann schiebt mich mal. Hier noch ein, äh, zwei Wirftblock. Ja, schiebt mich mal ne Runde. So. So. Okay. Ich... Du hast Block. Okay. Der schiebt mich. Zack. Da bewegt es dann toll weg. Okay. Ah, hier hat er ein Zwei-Würfel-Block. Ja, schafft er auch einen Block. Ah, stand fest. Das ist ein, äh, das ist ein realer Wall. Ja. So. Alles klar. Dann mal schauen. Gut. Steht's nur auf. Perfekt. So. So, dann. Ah, muss ich... Hier ein Unterzockblock. Okay. Ach, der ist... Ach, der ist fünf stark. Hahaha. Alles klar. So. Hier ist noch ein Würfel-Block möglich. Dann bewege ich mich. Bewegt er sich da hin. Dann... Block wir mal. Äh, du hast Block. Okay. Dann hier hin. Ich folge mal hinterher. So. Mal schauen. Was krieg ich noch für eine Unterstützung noch eher? Äh. Ach, der Gru... Ach, mein Großer kann ja nicht blocken. Ah, das ist los. Okay. Ein kleiner Denkfehler. Na ja. Kann ja mal passieren. So, dann. Ich bewege mich mal da hin. Geh ich noch an. Ja. Ne, nicht wirklich. Ich krieg gar kein frei. Und da... Mal schauen. So, hier mal ein... Zwei-Würfel-Block. Ich hab Blocken. Du hast Blocken. Äh, schieben wir dich mal. Äh, hier hin. Und ich folge hinterher. Dann hier noch mal ein... Zwei-Würfel-Block. Perfekt. Äh, ich folge mein Teil her. So, dann... Ah, du bist nur normaler Feldspieler. Okay. Ja, dann machen wir hier den Block noch. Ah, alles klar. Das ist doch schon mal gut. Er bleibt auch. Ja, dann muss ich... ...und ein Würfel-Block. Gegen sein Stärke 5 schwarz. Okay, schieben. Ja, komm hier hin. Und dann folge ich einen Teil her. So, dann gebe ich ab. So. Mal schauen. Okay, da holt ihr den her. Er will, äh, nein. Dann lässt die Leute jetzt mal aufstehen. Okay. Ne, zwei-Würfel-Block gegen meine Sturm-Ratte. Oh, der ist K.O. Hm, das ist doof. Das wird auch schmerzen geben. Nee, doch nicht. Okay. Er will wahrscheinlich ein Laufspiel machen. So, wie es aussieht. Was die KE die meiste Zeit macht. Nur Laufspiele. Äh, Pässe sieht man extrem selten. So. So. Okay, dann machen wir mal. Äh, habe ich hier einen mit Teckel noch? Nein, ich habe keinen mit Teckel da. Okay, dann. Du stehst nur auf. Äh. Äh, der will nicht blocken. Äh, der will nicht blocken. Das ist doof. Naja, dann machen wir das, äh, ich muss erst mal hier mal ein frei blocken. Äh, was? Du hast nix. Okay. Ja, schieben reicht mir aus. Hier hin. Äh, ich bleibe. Blitzig von hier aus rein. Okay, ich habe blocken. Du hast nix. Ah. Okay, dann stelle ich mich mal da hin. So. Okay, äh. Äh, ein Würfblock. Äh, das ist alles so. Naja. Ah. Komm. Äh. Hier hin. Ein Würfeblock. Ja, versuchen wir mal das Glück. Alles klar. Äh, nein, ich bleibe. So, da passt jetzt nix. So, in den Gossenläufer. Den behalte ich noch als Hinterhandoption. Genau. Hier hin. Weil er kann ja ziemlich schnell eingreifen irgendwo. Selbst wenn ich halt einen Unterzahlblock in Kauf nehme. So. Ah, perfekt. Äh, hier hin. Folgen. Alles klar. Dann gebe ich so erstmal ab. So. Mal schauen, was er jetzt macht. Ah, da macht er hat einen Blitz. Und macht er da einen Blitz. Okay. Dann schiebt mich mal eine Runde. So. Da löst er hier langsam sein Käfig hier auf. Ah, da macht er. Das muss man jetzt auch nicht verstehen. Den Würfeblock. Ja, ich hab ausweichen. Dann schiebt mich mal. Und was macht sein Troll? Hm. Der läuft hier zurück. Okay. Da noch ein Zwei-Würfel-Block. Und ob läuft das hier im Bild ab? Okay. Da kommt noch sein Troll noch zur Unterstützung. Äh. Bindet so viele Leute jetzt von mir. Das ist... ...einfach widerlich sowas. So. Mal schauen. Okay. Äh. Äh. Hier. Du stehst auf. Und du. So. Ob sie mal weg. Perfekt. Äh. Ja. Hier hin. Da passiert jetzt auch nichts zu viel. So. Dann. Hm. 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 Echt? Nee. Das funktioniert. Okay. Versuchen wir mal das. Äh. Unser Glück. Ach ja. Das ist ja nur sechs schnell. Das ist ja ein bisschen verkrüppelt. So. Da haben wir einen Würfel-Block. Hier hätte ich einen Zwei-Würfel-Block. Den würde ich aber haben. Perfekt. Ich folge direkt hinterher. K.O. Das schon mal gut. Der kleine Komplin ist schon mal raus. So. Dann. Könnte ich ja von hier aus rein blitzen. Dann krieg ich da noch ein. Ich hab alle nichts so was Besonderes dabei. Wie sieht es auch hier aus? Äh. Unterzerr-Block. Hier hatte ich noch einen Würfel-Block. Okay. Hier genauso. Äh. Ich hab... Okay. Ich hab Block. Du hast Block. Nee. Dann würde ich mal hier mal einmal rein blitzen. Naja. Mit der Unterstützung war wohl nix. So. Okay. Ich hab Block. Du hast gar nix. Na dann. Ich sag dann eben so. Okay. Hier noch ein Block. Ich versuch's mal. Schieben. Äh. Ja. Ich schieb dich mal hier hin. Aber ich bleibe. Oh. So. Unterzerr-Block. Ähm. 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 jetzt frei drei vier fünf der ist aber sechs starke dann laufen wir mal hier so ein ballträger momentan sehr gut beschäftigt der kostenläufer den lasse ich mal als possempfänger mal stehen machen wir mal hier dann habe ich noch ja im werfer werfen und versuchen wir mal unser glück mal ausweichen hier alles klar dann gebe ich so ab dann mal schauen okay da das so blöd haha ein wiederholungswurf schaffte sogar so damals schauen hier macht die schaffte auch so ein k.o. jetzt läuft der rubel für den wort und hier ja ich hab blocken perfekt dann bin ich in unterzauern okay du hast keinen täckel ein würfelblock okay da machen wir gleich weiter ich brauche auf jeden fall eine unterstützung krieg ich das mit ihm krieg ich das hin aber der spitze riskant okay dann machen wir das so so ein würfelblock mir ist da nicht drin wenn ich wenn ich mache auch okay nehm ja okay versuchen wir mal mal das glück äh wiederholung und ah perfekt äh ich bleibe mal schauen ob der ball rausfliegt ja es geht sag ich mal so 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 da hat er den zugestellt äh mir fehlt da der gossenläufer der ist auch zugestellt da mache ich mir gleich mal ein paar gedanken okay dann machen wir das so ja okay dann machen wir hier den würfelblock ach da gibt er mir einen voll auf die nuss so mal schauen was macht der hier noch ein zwei würfelblock okay ah ist der ball ziemlich sicher hier noch ein zwei würfelblock äh oh verletzt was hat der denn oh ich hoffe nichts verpasst das nächste match das letzte match ah ja komm dann gönne ich meinen Aradburger hier im letzten match eine Pause ah naja na versuch den ball aufzuheben schafft der auch oh Blödheit hat zugeschlagen Einzelgänger 4 geschlagen ah das ist schon mal gut ah hier will mein rossenläufer blitzen das schafft der auch ja alles klar okay dann nochmal schieben so so okay okay hier ist ein Würfelblock äh aber erstmal lass mich ihn aufstehen bevor ich irgendwas anderes mache so einmal hier hin einmal da dann nehme ich halt meinen Werfer und ich stelle ihn mal einfach hier hin weil der troll ist ja blöd der hat keine Tacklezone mehr so dann schiebenergebnis würde mir reichen äh äh ich bleib ach ne wär ich doch lieber hinterher gegangen naja ist egal so ja du bist viel stark okay äh da komme ich nicht hier komme ich ran interessant ja okay dann machen wir mal den Blitz äh 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 ich hab Blocken das ist schon mal gut äh nein ich will den Ball nicht aufheben äh ähm kann man eigentlich wagen okay versuchen wir mal und jetzt mal rausspringen und nochmal äh okay so hast du ach du hast Tackle ach du bist doof na versuchen wir mal trotzdem mal so 1 2 3 4 5 6 ah ne ne passen kann ich ja auch nicht mehr okay dann ne geb ich so ab ist okay ist okay da will er den zu stellen mhm so okay da will er den Blitzwagen ja dann mach mal ja das schafft er auch ah ärgerlich aber nichts schlimmes passiert ah jetzt liegt der Ball sogar noch günstig hier noch ein zwei Würfelblock ah aber nichts schlimmes passiert ah ko hm ah die ratten werden immer weniger ich will nicht wissen äh wie meine ko bank aussieht okay da macht er noch ein zwei Würfelblock noch einer ko ok ja komm hau mich auf was machen die fans mit ihm ah nix ok ok da versucht er den Ball aufzuheben boah da stolpert er hahaha na komm Wiederholungswurf äh gelingt ihm auch auch der auch der Ball aufheben gelingt oh nö da ist so doof so okay das ist schon mal gut dass er doof ist so mal schauen äh mal gucken ko bank 5 5 KOs ein verletzter so dann mal schauen äh er ist da doof äh ok zwei Würfelblock ok außer ich lass ihn hier aufstehen äh dann bindet er alle mhm hat überhaupt jemand hier Teckel du hast kein Teckel hm ok ich könnte auch eigentlich hier raus springen aber mach ich nicht ein Würfelblock das versuchen wir mal das versuchen wir mal jawoll und ich zieh direkt nicht mehr ok der Ball liegt da mhm ok hm einmal ausweichen äh achso bei ihm muss ich einmal ausweichen ja komm 2 go for jetzt ok und du das wenn ich von dort aus mache da versuchen wir mal hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoich a alles klar okay dann hätte ich noch freistellen èhm wiederholung er und sein da liegt aber ich fand wenn ich den ersten raus bewegen haben naja okay dafür sucht den ball aufzählen und er schafft es sogar mit andere schiffe block verpackt das ist nicht mehr schön wird gruppen gekuschelt okay dann noch drei würfe block hier im blitz okay okay ja ja mein vorletzer zug was meinten ich lasse mal kurz aufstehen mehr mache ich nicht ich lasse ich auch nur aufstehen so aber er ist hier wichtig aber auch auszupfen und blitzen ja wenn ich ihn ja okay ich mache dazu ich mache das lieber so ich hoffe dass der ball da nicht raus fliegt okay meine würfe block blitz und ich habe block du hast block nee das ergebnis gefällt mir nicht das ist schon er voll ach nein okay da bewegte man hierhin alles klar den lässt du nur aufstehen da machte man blitz okay dann schieb mich mal hier machte hier machte nur ein stellung spiel kiff in drei würfe block so wie es aussieht aber da ist doch nochmal doof wiederholungswurf vergeigt ist doch schon mal gut und ja dann greife ich mich mal durch die gegend so sein letzter zu okay das ist schon mal gut so alles klar dann schauen wir mal so was soll ich denn jetzt sieht es mit dir aus hat hat einer nee du hast wir machen das so und alles klar dann habe ich schon mal ein sicheres zweifel block hier ich habe block und du hast gar nicht so jetzt jetzt kommt der interessante teil ich blitze schiebe ergebnis würde mir ausreichen perfekt ich schieb dich mal dahin aber ich folge nicht ich habe jetzt praktisch einen ball auf und mach einen touchdown einfach trockener touchdown von feind der kann catch up such a big deal so und die zweite halbzeit war eine frühe alles klar so schauen ja die zwei ja das hört sich doch gut an 90.000 40.000 mit ihren kosten fernfaktum 2 erhöht wieder alles klar ja das war schon mal eine relativ solide partie sage ich mal so haben wir überhaupt einen aufstieg nein wir haben keine aufstiege so das letzte spiel tritt in der saison an einmal kurz mal in der liga reinschauen tabelle meint ich wir sind praktisch fertig uns kann nichts mehr passieren wir sind meister ja außer aus unerklärlichen gründen äh sterben mir die ratten am laufenden band aber ich glaube selbst da bringt das nichts mehr äh so ne ich beende jetzt damit langsam den stream halt äh bevor ich vergesse auf meinem twitter account äh solchack99 habe ich da eine umfrage am laufen was ich als nächstes streamen soll so das ist halt so äh ich habe nur per zufallsprinzip so ein paar spiele ausgesucht halt unter anderem noch eine blood ball saison vielleicht bisschen äh never vita online halt so ein lückenfiller ist halt mehr so oder halt outlast oder was das letzte war far cry 3 blood dragon genau äh wenn ihr bock habt äh oder lust habt hier abzustellen dann stimmt ruhig mal ab das wird dann mein nächstes projekt dann sein ansonsten wünsche euch noch einen schönen tag noch und äh bis bald tschüss äh 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 Vielen Dank.